Eine Menge Zeit zu erfahren, das ist in welchem Arbeitsfeld war. Sie erleben hier berühmte Sterbensklasse mit meinen Einstellungsvorschlägen mit Liefklasse. Sie haben die sogenannte Möglichkeit, die Computer eingeben und danach eine Probe laufen. Dann ist zu den Prozessen gestanden. Das ist passiert. Und darauf entsorgen Sie sich. Was ist zu tun? Nichts ist passiert. Der Kurs ist nicht gespickt. Sie merken, ich habe diese ganze Geschichte schon vorher auf andere Hauptschlüsse genannt. Keiner hat das verstanden. Warum was da? Ich sage nur, ich bin kein Leben. Ich habe keine Lust, aber zu gehen. Ich habe mega Interesse daran.